Preist den Herren, wir wollen in der Atmosphäre fortfahren, wir wollen mit dem Wort Gottes hier starten und ich lade euch ein, alle mit Epheser Kapitel 6 Vers 12 zu öffnen. Epheser Kapitel 6 Vers 12 So, wir werden in dem Sinn heute uns auf einen Begriff konzentrieren und es geht um geistlichen Kampf und diesmal geht es darum, dass du Sieger bist im Zweierkampf und du wirst verstehen, warum ich es Zweierkampf genannt habe Sieger im Zweierkampf, aber wir sind immer noch in der Serie oder in der Reihe Geistlicher Kampf So, die Bibel sagt hier Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten gegen die Weltherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen So, und Apostel Paulus spricht über die Realität des geistlichen Kampfes und es ist unheimlich wichtig, dass jeder Christ, nicht nur wenn wir Sonntag zusammenkommen aber jeder Einzelne in seinem Alltag weiß, wie er geistlich zu kämpfen hat Eines der Dinge, die die Gemeinde schwach macht, ist, dass man am Sonntag guten Input oder erfüllt wird Aber die Realität des geistlichen Kampfes nicht effektiv ist Und was das Anliegen von Paulus ist, dass jeder einzelne Christ wirklich effektiv in der geistlichen Kampfführung ist Wir haben davon gehört, Jesus kommt zurück Aber in der Zeit, bevor Jesus zurückkommt, sind wir in einem heftigen geistlichen Kampf Kollektiv als Gemeinde, aber auch individuell als Gemeinde Und Jesus möchte, dass du in dieser Zeit siegreich geistlich kämpfst Und hier spricht Paulus in der Gemeinde von Ephesus über den geistlichen Kampf Sage mit mir geistlicher Kampf So, es ist interessant, das Wort, was Paulus hier gebraucht Und wir wissen, als Paulus anfängt, über die Waffenrüstung zu sprechen spricht er oder nimmt er das Bild von römischen Soldaten Das bedeutet, auch das Bild, wenn er von Kampf spricht, hat auch mit diesen Kämpfen zu tun die man auch ein Stück weit in der Antike ausgeführt hat Das heißt, die Leser der damaligen Zeit wussten ganz genau, was Paulus meint Aber wir müssen in dem Sinne noch ein bisschen mehr verstehen, was Paulus damit meint Das Wort Kampf, was hier gebraucht wird, in dem Griechischen bedeutet ein Zweierkampf Wir wissen, wenn es zwei Lager gibt, die kommen und miteinander kämpfen So ist es, dass zwei Lager gegeneinander Konfrontation haben Dass die zwei Lager gegeneinander Konfrontation haben Aber letztlich, wenn die zwei Lager zusammenkommen Konzentriert sich der Gegner meistens immer auf eine Person Das heißt, zwei Lager sind hier gerichtet Obwohl es 10.000 und 10.000 gegeneinander kämpfen Gibt es einen, der einen Blick hat und sagt Ich möchte ganz genau diese Person erreichen, diese Person umbringen Dann wird dieser heftige Kampf, der eigentlich in zwei großen Lagern ist Wird es auf einmal zu einem Zweierkampf Zwei Personen konfrontieren sich Und das ist das, was Paulus hier sagt Er sagt, den Kampf, den wir haben Allgemein ist es natürlich gegen verschiedene Mächte Aber in erster Linie ist es ein Zweierkampf Warum ist es ein Zweierkampf? Du kannst mit deinem besten Freund zusammen sein Aber er hat Kämpfe, die du nicht hast Du kannst verheiratet sein Die Frau hat bestimmte Kämpfe, die der Mann nicht hat Und der Mann hat bestimmte Kämpfe, die die Frau nicht hat Wir können Geschwister sein Aber wir haben ähnliche Kämpfe Aber nicht die gleichen Kämpfe Während du dabei bist zu schlafen Ist die andere da und hat bestimmte Anfechnungen Und kann nicht schlafen Das bedeutet, es fokussiert sich auf eine Person Manchmal kann es ein größerer Kampf sein Wo eine Gemeinde, eine Organisation, ein Werk betroffen ist Dann greift er alle an Aber wenn es Paulus über das Wort Kampf hier spricht Dann zieht er eigentlich vielmehr auf den Kampf Den jeder individuell hat Und hier fängt er an in Epheser-Kabelus selbst Über eine gewisse Hierarchie zu sprechen Er sagt, der Kampf, den wir haben Sind gegen vier Kategorien von Levels Dämonischen Mächten Gegen die wir zu kämpfen haben Dank sei Christus Dass die Bibel sagt an anderer Stelle in Kolosser Dass alles durch Christus geschaffen worden ist Das bedeutet in anderen Worten Selbst wenn wir von Hierarchien sprechen Ist das alles, was zu der Schöpfung Gottes gehört Also Christus hat jedes geschaffen Jeder Dämon, egal was für ein Level es ist Egal wie groß es ist Egal wie groß deine Kämpfe sind Wir müssen immer im Bewusstsein haben Sie sind einfach nur rebellische Geister gewesen Aber unter der Schöpfungsordnung von Christus Das Erste, worüber er spricht Und es wird das Einzige sein Worüber wir uns heute beschäftigen werden Er spricht über den ersten Kampf Oder die erste Kategorie Und das ist auch die höchste Kategorie Und er sagt, euer Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut Sondern gegen Herrschaften So, was bedeutet dieses Wort Herrschaften? Es kommt vom griechischen Wort Aschel Und es bedeutet der Erste oder der Oberste In anderen Worten Möchte Paulus sagen In der Kategorie von diesen dämonischen Einflüssen Ist der mit dem Namen Herrschaften Der Leiter, der Führer oder der Oberste Okay? Für Leute, die in denen wir schon mal bei Befreiungen teilgenommen haben Oder es sehen Man kann bestimmte Geister austreiben Aber es gibt manchmal einen sehr hartnäckigen Geist Und der ist wie eine Festung Und es benötigt mehr Kraft Mehr Weisheit und Erkenntnis Um ihn zu überwinden Das Wort Herrschaft kann auch in anderen Worten mit Fürst übersetzt werden Das heißt, Paulus spricht über den Fürsten Das nächste Mal werden wir ein bisschen mehr darüber sprechen Aber der Fürst ist der Leiter Und wir gehen nicht in die anderen Kategorien Und Paulus sagt Manche Kämpfe, die wir haben Sind nicht auf der Ebene von Gewalten Oder von Weltbeherrschern dieser Zeit Oder von bösen Geistern in der neblichen Region Manche Kämpfe, die wir haben Die sind verbunden mit Fürsten So, Fürsten, Oberstarten, Leiter Ist derjenige, der ein anderes Kaliber hat Das bedeutet, es gibt bestimmte Kämpfe Die du leicht überwinden kannst Und es gibt bestimmte Kämpfe Die dich sehr stark herausfordern Nicht, weil Christus weniger Kraft hat Sondern weil es hier um ein anderes Kaliber geht So, es ist wichtig Deine Kämpfe geistlich einzuordnen Und es ist auch interessant zu sehen Dass dieses Begriff Oder dieser Begriff, den Paulus gebraucht In der Geschichte von 1. Samuel Kapitel 17 Bildlich dargestellt wird Wir kennen die Geschichte Von David und Goliath Was passiert in dieser Geschichte? Es gibt ein Herrlager, sondern die Philister Die da sind Und was machen die Philister? Sie greifen das Volk Gottes an Aber im wahrsten Sinne sehen wir auch In 1. Samuel Kapitel 17 Dass es nicht ein Kampf ist von 10.000 gegen 10.000 Sondern dass es ein Kampf ist zwischen Goliath Und einen, den Goliath herausgefordert hat Der Kampf war nicht ganz Israel Gegen die ganzen Philister Gegen die ganzen Philister Sondern der Kampf war zwischen Goliath Und den Goliath Und den Goliath Goliath ist der Leiter und ist der Fürst Mit Namen Goliath Der war 6 Ellen Und eine Spanne groß So, die Philister waren da Das Volk Israel war da Und jetzt tretet Goliath heraus Als Leiter Oder in anderen Worten Als Füß So, und die Bibel Benennt ihn Er war 6 Ellen Und eine Spanne groß Das heißt Goliath war ca. 3 Meter groß So, das bedeutet Du hast jetzt einen 3 Meter Riesen Der sich vor dir stellt Und er ist da Von seinem Anblick Und er fordert Israel heraus Kommt und kämpft mit mir So, ich bin schon groß Aber wir reden von 3 Meter Ich glaube, selbst ich müsste so schauen, oder? Ja, genau Zum ersten Mal vielleicht Ein 3 Meter Riesen Stellt ihr vor Ein 3 Meter Riesen Und wisst ihr Die Bibel spricht von diesen Riesen Ne? Sie hatten Manche Riesen hatten 6 Hände 6 Hände 6 Finger 6 Finger 6 Finger hatten sie 6 Füße hatten die Und stellt ihr vor Diesen Anblick Anblick vor dir 3 Meter Jetzt ist Goliath da Und er fordert Den Einzelnen Heraus So Was sagt er? Ab Vers 8 Oder Ab Vers 9 Sagen wir Ab Vers 9 Wenn er mit mir kämpfen kann Und mich erschlägt So wollen wir eure Knechte sein Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege Und ihn erschlage So sollt ihr unsere Knechte sein Und dienen Und weiter sprach Der Philister Ich habe am heutigen Tag Die Schlachtreihe Israels verhöhnt Gebt mir einen Mann Und lasst uns miteinander kämpfen Als Saum und ganz Israel Diese Worte der Philister hörte Entsetzten sie sich Und sie fürchteten sich sehr So Dieser Riese Saum Kommt heraus Und er sagt in dem Sinn Wenn er mit mir Wenn jemand mit mir kämpfen möchte Wird darin entschieden Wird entschieden Ob er frei ist Oder ob er ein Knecht ist Und wie ist seine Strategie Er verhöhnt sie Das bedeutet Er dominiert sie in Gedanken Durch seine Worte So Er dominiert sie in den Gedanken Und er besagt Dass sie Knechte sind Solange ihn keiner gewinnt Und drittens Sie sind in großer Angst So Das ist die Kontrolle Von Goliath Über Leute Die im wahrsten Sinne Kinder Gottes sind Das ist der Einfluss Von Goliath Von Leuten Die im wahrsten Sinne Eigentlich mit Gott wandeln Aber wie kann es sein Dass Goliath eintritt Dass er die Gedanken dominiert Dass er Angst in sie hineinführt Und das dritte was passiert Ist dass sie in voller Angst sind Wisst ihr Wir wissen Dass Jesus Christus Alles am Kreuz gemacht hat Aber die Frage Ist immer Was ist deine Realität Und was ist die Verheißung Ist deine Realität In das Was der Verheißung entspricht Oder ist deine Realität Eine andere Realität Als die Verheißung Du kannst proklamieren Ich bin frei Ich bin frei Wenn du proklamierst Dass du frei bist Bist du wahrhaftig frei Oder bist du noch nicht frei Was sind die Kämpfe Die du kämpfst Wo Goliath Bereiche in deinem Leben Dominiert Immer wenn Goliath Sich offenbart Kommt er in den Gedanken Dominiert über die Gedanken Und er nimmt dich Gefangen in der Angst Es kann ein ganz anderes Bereich sein Es muss nicht dieser Bereich sein Und das war die Art und Weise Wie dieser Fürst Funktioniert hatte Und das Volk Israel war da Und ließ sich die ganze Zeit Dominieren Wisst ihr Galater 4.1 sagt Ich sage euch Ich sage euch Ich sage aber Solange der Erbe Unmündig ist Besteht zwischen ihm Und einem Knecht Kein Unterschied Obwohl er Herr aller Güter ist So es besteht Zwischen dem der das Erbe hat Der du als Christ Der du als Christ bist Und einem Knecht Kein Unterschied Wenn du unmündig bist Unmündig bedeutet Wenn du im wahrsten Sinne Noch Kind bist Oder nicht die gewisse Reife Im Geist hast Dann kannst du nicht Herr deiner Güter sein Dann kannst du nicht Die Dinge ausleben Die du eigentlich ausleben solltest Du bist unmündig Und manchmal ist es so Als wären manche Bereiche Wie in einer Form von Knechtschaft Obwohl du im wahrsten Sinne Herr aller Güter bist So und eines dieser Punkte Es hat mit Erkenntnis zu tun Warum ist der verlorene Sohn gegangen Er hatte keine Erkenntnis Über das was er hatte Als er gegangen ist Hat er erfahren Und er ist dann anschließend zurückgekommen Und als er zurückgekommen ist Sagt ihm der Vater Was hat ihm der Vater gesagt Alles Was meins ist Ist Deins Aber er war die ganze Zeit In der Gegenwart des Vaters So erst Wo er gewisse Niederlagen Erlebt hat Kommt er zurück Und erkennt Dass er im wahrsten Sinne Alles hat Dass er Herr aller Güter gewesen ist So das Volk Israel Ist im Kampf Gegen die Philister Aber sie erkennen nicht Dass die Herr Über die Philister sind So es gibt Manche Bereiche In deinem Leben Wo du nicht erkennst Dass du Herr Über diese Bereiche Weil diese Bereiche Sich über längere Zeit Immer wieder In eine Knechtschaft Und in eine Niederlage Fühlen Wisst ihr Wenn man die Geschichte Weiterschaut In Vers 16 Heißt es Der Philister aber Kam morgens Abends her Und stellte sich 40 Tage lang Das ist die Art und Weise Wie Goliath funktionierte Er kam nicht nur Um sie zu verhöhnen Sondern er tat es 40 Tage lang Und 40 Tage lang Kam er wann Morgens Und Abends 40 Tage lang Setzte er Zu bestimmten Zeiten Druck Und so sehen wir auch Die Art und Weise Wie Goliath wirkt Oder wie gewisse Fürsten wirken Sie wirken nicht permanent Aber an bestimmten Zeiten Kommen sie Offenbaren sie Und was tun sie In dieser Zeit In dieser Zeit Fangen sie an Dich wieder In diese Art Von Knechtschaft zu nehmen Man kennt diese Momente Man kennt diese Zeiten Wenn diese Momente Dieser Schwäche kommt Die man nicht überwindet Du proklamierst Manchmal betest du Manchmal fassest du Es gibt manche Sachen Die du überwindest Und es gibt manche Sachen Die du manchmal nicht überwindest Das ist die Realität Ja So Aber dieser kam Morgens und Abends Interessant ist Wenn wir Vers 20 lesen Was macht David David Die Bibel sagt Da machte sich David Am Morgen früh auf Und überließ die Schafe Einen Hüter Und er nahm die Geschenke Und ging hin Wie Isaiah geboten hatte Und er kam zu Wagenburg Als das Heer gerade Ausgezogen war Um sich in der Schlachtreihe Aufzustellen Und sie Das Kriegsgeschrei Erhoben hatte David hatte nichts Mit der Situation zu tun Aber David war ein Mann Der mit Gott wackelte Es war ein Mann Der eine Intim Eine starke Beziehung Mit dem Herrn hatte Er war nicht In diesem Geschenk Aber was macht David David kam Morgens Und wann manifestierte sich Goliath Morgens und Abends Ich weiß nicht Wie sehr bewusst Er morgens hingegangen ist Ich glaube Dass es einfach Von dem Herrn Geführt worden ist Er kam Morgens Zu dem Moment Als sich Goliath Offenbarte Und jetzt Wo sich Goliath Offenbart hat Kommt David Und was passiert Wiederholung Während er noch Mit ihnen redete Siehe da kam Vers 23 Da redete Siehe da kam Der Vorkämpfer Mit Goliath Der Finister Ausgatt Aus den Schlachtreihen Der Finister herauf Und redete Wie zuvor So dass David Es hörte Aber alle Männer Von Israel Flohen vor dem Mann Sobald sie ihn sahen Und fürchteten Sich sehr Und die Männer Von Israel sprachen Habt ihr diesen Mann gesehen Der da heraufkommt Der ist aufgetreten Um Israel zu verhüllen So Was tun wir Was sehen wir hier Wir sehen Dass Goliath Wiederkommt Und als er wiederkommt Was passiert Eine Wiederholung Wiederkommt er Mit der Verhöhung Sie haben Gedanken Er dominiert sie Und sie haben Angst Und was wollen sie tun Sie fliehen Sie können Goliath Nicht konfrontieren Zum Unterschied Ist es David ist jetzt präsent Ein Mann Der mit Gott wanderte So der nicht allwissend ist Aber der bestimmte Erkenntnisse In seiner Beziehung Mit Gott hatte Er kam an diesen Ort Und die Bibel sagt Als er hörte Geschah etwas im Leben So Sie hatten alle Ohren Sie hatten den gleichen Kampf Aber als David hörte Geschah etwas im Leben Er konnte Er konnte nicht erlauben Dass diese Worte Oder dass diese Domination In dem Sinn So weiter Geführt wird Warum konnte David In dem Sinn Hier eine andere Einstellung bringen Es hat nichts damit zu tun Dass er geistlicher ist Oder dass er In dem Sinn Mehr weiß Aber das was wir Über David wissen Als er diese Situation Sah Berief er sich Auf seine Erfahrung Mit Gott Was sagte er Ich weiß Was Gott In dem Sinn Mit mir Erlegt hat Oder was ich Erlegt habe Was ich gesehen habe Wie in dem Sinn Löwen und Bären Bekommen sind Und in dem Sinn Meine Schafe Angegriffen haben Und als sie diese Schafe Angegriffen haben Habe ich sie zerrissen Ich habe sie überwunden Und der gleiche Herr Der mit mir An diesem Ort gewesen ist Ist der gleiche Herr Der mit mir Hier ist Das bedeutet David konnte Einmal mutig sein Mutig warum Nicht nur einfach Blickmutig zu sein Sondern mutig Aufgrund der Erfahrung Die er mit Gott hat Dennoch Der Kampf Den Kampf Den er hatte Mit den Bären Und Löwen Sind andere Kämpfe Hier geht es um Einen Goliath Das bedeutet Der Kampf Ist nicht gleich Er ist anders Aber er kann sich Auf etwas berufen Was er schon mal Überwunden hat Das bedeutet Es ist wichtig Sich auf die Dinge Zu berufen Die du schon Mit Gott erlebt hast Das zweite Was wir hier sehen Er hat die Erkenntnis Er weiß Wie er diesen Kampf Mit Goliath führen wird Es ist nicht nur Mut Ich komme Goliath komm Und ich werde jetzt Diesen Kampf mit dir aufnehmen Sondern er hat Eine gewisse Erkenntnis Gehabt In diesem Moment Deswegen Können wir Mut haben Wir können Kraft haben Wir können Autorität haben Aber wenn wir nicht Erkenntnis haben Können wir manchmal Goliath nicht mehr überwinden So Es benötigte Einen David Und David war da Und er hatte Diese Erkenntnis Erkenntnis ist Stückweise Weil sie Stückweise ist Hat dennoch David Das Privileg Etwas zu erkennen Etwas zu wissen Wie er Goliath Überwinden kann Gegenüber anderen So Das bedeutet In diesem Moment Benötigt es Demut Aber die anderen Waren voller Hochmut Und sie wollten Nicht anerkennen Was in David war Oder was David Gebracht hatte Eines der Dinge Die dir helfen Werden Goliath Zu überwinden Ist wenn die Präsenz Davids in deinem Leben ist Wenn Menschen da sind Die dir helfen können Erkenntnis zu haben Über bestimmte Dinge Wo du keine Erkenntnis hast Und was ist passiert Um die Geschichte Zu verkürzen Sehen wir Dass David In dem Sinn Wie hat er David Wie hat er den Goliath Überwunden Einen 3 Meter Hießen Die Bibel lässt verstehen Er sprach zu ihm Du kommst mit Schwert Und du kommst mit Speer Mit Wurspieß Aber ich komme Mit dem Namen Des Herrn Der Herrscherin Des Gottes Der Schlachtrein Israel Die du Verhöhnt hast Er verspürte das Was Gott verspürte So Er hatte innerlich Diesen geistigen Zorn Und sagte Hier Werde ich Ein Schlussstrich setzen Und schaut was er gebraucht Er gebraucht Einen Stein Der in dem Sinn Auf seine Stirn kommt Und glaubt Wie ein kleiner Stein Der einfach nur Auf einen 3 Meter Riesen kommt Meinst du Das ist das Der Weg gewesen ist Aber ich glaube Es war die Gegenwart Gottes Es war die Salmung Gottes Die diesen Goliath Überwunden hat Es ist kein Stein Aber die Methode Die er gebraucht hatte Ist eine Methode Worin ich glaube Dass Gott ihn so geführt hat Und in diesem Moment War es der Schlüssel Um diesen Goliath Zu überwinden Und was sagt die Bibel Er tötete den Goliath Goliath war umgebracht Halleluja Er wurde überwunden Aufgrund der Erkenntnis Aufgrund der Erfahrung Von jemand Der mit Gott wandelte Und hier wurde Dieser Fürst Dieser 3 Meter Riese Wurde überwunden Manchmal müssen wir uns Mit Menschen zusammentun Die uns helfen Unsere Fürste Zu überwinden Du hast zu lange gekämpft Aber wir benötigen Den Bruder Den Schwester Wir benötigen uns Einander Damit Fürste Überwunden werden Weil sie nicht einfach sind Aber wenn wir Die Erkenntnis haben Dann reicht nur ein Stein Dann braucht ein Stein Und der für die Gebote In der Vergangenheit Hast du zu viele Steine geworfen Und das war ineffektiv So Hier ist Goliath Überwunden worden Und weil ich interessant Gefunden habe In der Geschichte Die Geschichte Hört eigentlich hier nicht auf Aber eigentlich heißt es hier Er brachte ihn um Goliath war umgebracht So Und das ist es Wenn wir in dem Sinn Fürsten Oder Siege In der geistlichen Welt haben Dann haben wir den Goliath Überwunden Dann ist für eine Zeit Ruhe Ihr kennt das Für eine Zeit ist Ruhe Nur für eine Zeit So Und wenn wir 2. Samuel 21 Öffnen So kommen wir In den 2. Part Und sehen Auf einmal Die Philister Die wiederkommen Und wieder können So Die Bibel sagt hier Es erhob sich aber wieder Ein Krieg der Philister Gegen Israel Und David zog hinab Und seine Knechte mit ihm Und sie kämpften Gegen die Philister David aber wurde müde So Ich Bi Binok Oh die Namen Aber einer der Söhne Des Rafa Der eine Lanze Der eine Lanze Im Gewicht von 300 Schenkelerz hatte Und mit einem Neuen Schwert Umgürtet war Der sagte Er wollte David erschlagen Und Abi Sein der Sohn Der Zehuja Half David Und schlug den Philister So das ist so Eine ganz konträre Geschichte 1. Samuel Kapitel 17 Wir sehen David Stark mit dem Herr Wandelt mit dem Herr Und er ist derjenige Der den Schlüssel hat Um Goliath zu überwinden Aber hier Sehen wir nach einer Gewissen Zeit Irgendwann mal sagt Die Bibel David ist müde geworden Es ist egal Wie gesagt Du bist Es ist egal Wie viel du erlebt hast Jeder kennt diese Momente Wo er müde wird Und was passiert Jetzt wo er müde ist Ist wieder Kommen die Philister In den Momenten Wo er müde ist Die Philister kommen Sie warten auf Momente Wo du müde wirst Wo du entmutigt bist Wo du nicht mehr kannst Und in diesen Momenten Dann denken sie Okay Wir haben den Kampf Zwar verloren Aber es ist eine Möglichkeit Sich wieder ein bisschen Groß oder breit zu machen Und als sie warten Auf den Moment Wo David müde ist Sagt die Bibel Gab es Eine Person namens Abizai Ich weiß nicht Wie viele von diesen Namen Schon gehört haben Und was hat Abizai gesehen Abizai sah David war In Gefahr Man hat einen Anschlag Auf ihn geplant Einen krassen Anschlag Die Philister konnten sich Vielleicht noch erinnern Als damit Ihren Fürsten Ihren Obersten Überwunden haben Aber jetzt In diesem Augenblick Sagten sie sich Jetzt ist David müde Und wir können ihn überwinden Und als man David Erschlagen wollte Gab es Abizai Der es gesehen hatte Und der eingetreten hatte Und der den Philister Überwunden hat Heute bist du stark Morgen kannst du schwach sein Aber dass einer schwach ist Benötigt einen Bruder Wiederum Eine Schwester Den Abizai Der Dinge sehen kann Der Dinge Der für dich bitten kann Der eine Liebe für dich hat Und der erkennen kann Hey Hier ist eine Gefahr Das ist nicht die Art und Weise Wie ich ihn kenne Oder wir merken Er hat einen Moment der Schwäche Es ist nicht Weil er ungeistlich ist Aber weil er vielleicht Irgendwelche Situationen Hinter sich hat Aber weil Abizai da ist Bewahrst du David Vor einem weiteren Anschlag Des Feindes Was ihm teuer zu Kosten Kommt Wir können unsere Geschwister Bewahren Genauso wie Jesus Gesehen hatte Dass Petrus Einen Anschlag bekommen hatte Ich habe gebetet Und das ist der Grund Warum er umgekehrt hat Wenn wir beten Schützen wir unsere Geschwister Auch umzukehren Wissen ihr manchmal Die Prozesse umzukehren Darum manchmal viel zu lange Aber sie können schneller Aktiviert werden Weil jemand Im Hintergrund betet Weil es einen Abizai gibt Und das Herz sagt Und das Herz sagt Für die Leute Und sagt Hey Ich möchte nicht Dass dieser Bruder Dieser Schwester verloren geht Ich möchte nicht Dass er in diesem Zustand bleibt Ich möchte Dass er noch mehr Feuer Als Feuer bekommt Ich möchte Dass er noch mehr evangelisiert Als Feuer Ich möchte Dass er noch mehr singt Als Feuer Ich möchte Dass er noch mehr tut Das ist das Herz In dem wir sein müssen In dem geistlichen Kampf So Er Überwand in dem Sinn Den Philister Und hier konnten wir sagen Ist es wieder zu Ende Aber dann ist es nicht zu Ende Und dann heißt es hier Und danach kam es noch mal Zum Krieg mit den Philistern So Und wir sehen wie dick Oder wie hartnäckig Der Feind ist So Er wird mehrmals überwinden Aber versucht immer wieder zu kommen So Und danach kam es noch mal Zum Krieg Mit den Philistern Da erschlug Siebeschern Der Heuschatita Den So Der auch Einen von den Söhnen Reffers war Und es erhob sich Noch ein Kampf Mit den Philistern Bei Gop Da erschlug Eishanam Den Eishanam Der Sohn des Jahre Urgim Ein Bekehimiter Den Gooliath Den Gatita Und dieser hat einen Speer Diesen schafft Wie ein Weberbau war So Hier kommt es wieder Zu einem Krieg Und hier hören wir wieder Von einem Gooliath Aber Gooliath war doch schon überwunden In 1. Samuel Kabel 17 Warum hören wir hier wieder Von Gooliath So Und als wir es nachgeschaut haben In Chronik gibt es eine gute Ergänzung 1. Chronik 20,5 Da heißt es Und es kam noch mal Zum Kampf mit dem Philistern Der Erschlug Eishanam Von dem wir gerade gehört haben Der Sohn Yaris Den Lachmi Den Bruder Gooliath Den Gatita Dessen Speer schaffen Wie ein Weberbau war So und hier Geht es nicht um Gooliath Den David überwunden hat Sondern es geht um Einen anderen Gooliath Der der Bruder Von diesem Gooliath gewesen war Wow So und hier sehen wir Die Philister Werden hartnäckig Und kommen wieder Aber hier ist es nicht David der überwindet Hier ist es nicht Abisai der überwindet Sondern es ist El-Shanam Der da ist Und der dem Bruder Von Gooliath Ein Ende setzt Und wir kommen jetzt Zu dem letzten Abschnitt Verswart sich Und wieder kam es zum Kampf Bei Gat Dort war ein Mann von großer Länge Der hatte je sechs Finger Keine sechs Hände Sechs Finger An seinen Händen Und sechs Zehen An seinen Füßen An der Zahl Der stammte auf Und raf er ab Und jetzt hört zu Als er Not Israel verhüllte Er schlug ihn Jonathan Der Sohn Simeis Des Bruders Davids So Hier Jonathan ist nicht Der Jonathan Der Sohn von Saul Aber Jonathan Ist hier Der Neffe Von David So Eines der Dinge Die wichtigste Dass wir Generationen Immer vorbereiten Du hast bestimmte Kämpfe Gehabt Du hast sie überwunden Aber glaub mir Die Philister sind so Hartnäckig Dass sie zurückkommen Um deine Kinder Anzugreifen Und wenn sie kommen Um deine Kinder Anzugreifen Ist es deine Aufgabe Deine Kinder zu trainieren Und vorzubereiten Dass sie geistig stark genug sind Und wenn diese Leute Von sechs Zehen kommen Mit sechs Zehen Mit sechs Finger kommen Diese Riesen wieder kommen Die Philister kommen Dann werden sie Durch Jonathan Überwunden werden Wenn Jonathan Nicht vorbereitet wäre Hätte er hier Eine Niederlage Geht Aber der Kampf Hatte schon Mit seinem Onkel Und so sehen wir auch Bestimmte Fürsten Oder geistliche Kämpfe Haben wir Weil es irgendjemand Schon mal In unserer Familie hatte Und jetzt kommt es Auf uns Und wenn wir Diese Dinge erleben Sind wir berufen Manchmal Als erste Person Diesen Goliath Zu überwinden Und manchmal Als zweite Person David war die erste Person Jonathan Der Neffe War die zweite Person Vielleicht bist du David In deiner Familie Vielleicht bist du David in deinem Hause Aber vielleicht Bist du auch Jonathan Vielleicht kämpfst du Den Kampf weiter Der schon mal Angekämpft wurde Oder der schon Überwunden wurde In der vorzeitigen Zeit So sehen wir Die Art und Weise Wie die Philister Anfangen Das Volk Israel Zu bekämpfen In einer hartnäckigen Art und Weise Aber die Bibel Lässt verstehen In all diesen Kämpfen Waren sie was? Waren sie? Waren sie? Waren sie? Sieger Du sollst sein? Sieger Was sollst du sein? Sieger Es gibt keinen Raum mehr für diese Niederlagen Amen Und das Was uns hier die Geschichte zeigt Ist egal wie hoch der Fürst ist Solange wir mit dem Wandel der Himmel und Erde geschaffen hat Muss sich jedes Knie beugen Jeder Fürst muss sich beugen Jeder Kraft muss sich beugen Jeder Anfechtung muss sich beugen Weil du diese Autorität und Kraft hast David wandelte in der Kraft des Herrn Und er sagte Ich komme mit dem Herr der Herrschere Mit dem Herr der Herrschere Und Goyan musste fallen Jonathan Dann komm auch mit dem Herr der Herrschere Und Goyan Und die Riesen Die Finister mussten fallen Komm mal mit dem Namen des Herrn der Herrschere Und sie müssen fallen Und ich lade dich ein aufzustehen Ich lade dich ein dieser David zu sein Ich lade dich ein Jonathan zu sein Ich weiß nicht wo du gerade stehst oder was du gerade durchmachst Vielleicht bist du stellvertretend für jemand in deiner Familie stellvertretend für dein Leben stellvertretend für gewisse Menschen Und ich möchte dass du anfängst hier zu beten Halleluja David kam mit dem Namen des Herr der Herrschere Und vielleicht benötigst du Erkenntnis in manchen Sachen Und Gott schenkt auch Davids die da sind um Erkenntnis zu bringen Heute kann es David sein Morgen kann es jemand anders sein Aber zusammen kämpfen wir diesen Kampf Und jeder Fürst jeder Goliath muss fallen Amen Jesus Halleluja Herr wir heben deinen Namen heute Wir heben deinen Namen her Da wo du bist der Herr der Herrschere müssen kenntnis gespringt werden Herr du möchtest deine Gemeinde frei machen Sie sind keine Knechte sondern sie sind Herr über die Güter Du bist ein Erbe Gottes Und du bist berufen in diesen Erbe zu wandeln Stehe auf im Gebet Deine Worte können Dinge jetzt bewirken im Namen Jesus Der Herr möchte dir Weisheit geben Der Herr möchte dir Erkenntnis geben Der Herr möchte dir Strategien geben Der Herr möchte dir Offenbarung geben Der Herr möchte dir Siege geben Neue Siege in deinem Leben Erkenne die Damen die in deinem Leben sind Yes Lord Im Namen Jesus Die in deinem Leben Die in deinem Leben Die in deinem Leben Kämpfe für die guten Kanzin Christus Du bist Sieger Dank St. Christus Dein Die in deinem Leben Amen. Amen. Es ist nur ein Name, es ist nur ein Name, es ist nur ein Name. Es ist nur ein Name, 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 es Every time I'll be with you, Jesus Christ, you are Lord, you are Lord. You are Lord, you are Lord, you are Lord. You are Lord, you are Lord, you are Lord, you are Lord. You are Lord, you are Lord, you are Lord. You are Lord, you are Lord, you are Lord. You are Lord, you are Lord, you are Lord. Oh 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 She 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 Amen. 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 Amen.